Hörst du, was steht denn noch? Der Linke noch gar nicht. Der Manfred steht noch. Was ist, trinkt dir nichts? Der Manfred trinkt nichts mehr. Jetzt trink ich auf der Zeit, was er mich hängt. Ich bin mit dem Firmenauto, schau doch mein Firmenauto an. Der steht denn noch. Das ist ein Firmenauto vom Rappi. Du Indianer. Ja. Du Honto. Haben wir einen Kanister fürs Bier, einen Kanister fürs Wein und das nicht geholfen wird. Du Honto. Zeig dir her. Bist du verstanden? Bist du so gut? Bist du so das für renoviert? Well, du hast ja das für die Strecke. Das war doch schon. Der wird auch schon da. Ha! Hörst du nicht? Bist du es? Oh. Vielleicht gibt es auf den Wegstuhl? Hallo, Schatzlehrer! Habt ihr auch gern? Hallo, Schatzlehrer, Krikhaccio Sex. Ich hoffe es zufrieden. Auf was? Schatzlehrer Schatzlehrer. Auf was? Durch die Strecke, er gibt es nicht zufrieden. Was? Oh ja! Peter, Peter! Der Zuferer! Was? Was sag ich? Was ist denn noch ein Moppen? Jetzt setz mich ein! Prätze, danke! Prätze! Spitz! Jeden Tag, wir warten jeder an dem, aber... Der Ruppe fühlt sich um mich wohl! Der Elektrochemilch ist immer da! Der Elektrochemilch ist immer da! Was bist du denn mit Ruppe? Wer fährt da hinten oder nicht? Nicht so! Es machen wir eine geile Geburtstagsfeier! Da hat er raus ausgeschaut! Ja! Von dir da, oder? Der... Der große Ding! Ja! Ruppe! Bleib dir hergeschickt, die Gordala! Na, ich weiß nicht doch! Die Gordala darfst du nicht herschicken! Die Gordala? Hat er bei dir heute schon auf die Brust gegriffen! Was? Ha, 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 ha! Ist das ja noch auf, Bälle? Nein, ich muss euch mal wurscht! Oh ja! Nimmst du ja auch nicht mehr. Ganz einfach hier da! Ja, jetzt ist ja Wurscht! Ha, 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 ha! So schön, ich weiß mir! Soll doch nicht der Brust aus, oder? Du passt nicht, ich pass mal auf den Weiß Alletzirn! Du! Du bist doch kein Supperloch! Ich hab kein kein Supperloch! Pah! Scheiße! Grüß dich hier so ausse! Steck da rein! Steck da rein! Ja! Hast du so Mehl gekriegt, dass du den Gordala auf dein Brot gekriegt hast? Genau! Ja! Ja! Du, zwei Frauen! Überlegst du uns jetzt erstmal noch eine?